Was für'n infernalischer Larm! Bitte aufhören! Sucht ihr diesen Briefbeschwerer? Ja, das wird mich unbesiegbar machen. Wow, da steckt ne Menge Power drin. Gib es mir! Okay, aber ich bin etwas ungeschickt. Oh oh, die ist aber glatt. Was ist das? Ich dachte, die wären verloren gegangen. Das sind Deino-Schlüssel! Wow, was passiert hier? Was? Sie sind gemorpht? Bist du? Bin ich? Sind wir? Der grüne und der schwarze Ranger? Ja! Klasse! Es ist gerade ein Traum wahr geworden! Ja, krass! Oder? Warte kurz. Rücke sind nicht wirklich mein Ding. Ey! Die Kugel war aber mein Ding! Das wirst du büßen! Händschmilch! Wie ist es? Wie fang! Das locken wir Sis! Dafür habe ich trainiert! Quasi. Alles klar? Oh ja! Das nenne ich mal Geschwister-Power. Oh, würdet ihr bitte mal damit aufhören? Was machst du denn da? Äh, nur rumhängen. Das kann ich nicht glauben. Wow, das habe ich auch gerade gedacht. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge, Alter. Auf der gleichen Wellenlänge? Mit einem Teenager? Nein, danke. Ah, großes böses Monster auf der Flucht. Das sieht man gern. Ihr wisst, was passiert, wenn eine Sporix-Bestie nur lang genug kämpft? Spoiler-Alarm! Wir wachsen! Schrumpfen war wohl keine Option. Sind jetzt die Zords dran? Du kennst dich aus. Ja! Solon, setze die T-Rex-Champion, Tricera-Klinge und ein Kilo-Hammer-Zords ein. Zords kombinieren! Wow! Teleportation ist ja der Hammer. Verbunden! Dino Fury Megasoft! Meine eigene Konsole. Kann sie Musik abspielen? Achtung! Jetzt wird getracken! Erockt! Wir sind dran. Los geht's! Wir sind dran. Los geht's. Wechsel auf Kniebohrer! Zeit für den Endspurt! Mega-Fury-Säbeln! Dino-Fury-Megasort! Mega-Schnitt! Dino-Fury-Ziek! Diasporix! Einer mehr für uns, einer weniger für Void Knight! Fünf Ranger! Das reicht immer noch nicht, um mich aufzuhalten! Dino-Fury! Dino-Fury! Dino-Fury-Säbeln war sie besessen vom Paranormalen! In der Hoffnung, sie könnte alles herausfinden, nicht wahr? Ja, sie geht eine Menge Risiken ein. Sir, auch wenn sie sie vielleicht ein bisschen zu sehr behüten, bin ich mir sicher, dass ihre Enkelin sie trotzdem liebt. Unendlich! Oh, Entschuldigung, die Pflicht ruft! Ich muss gehen! Solon, was ist los? Solon, was ist los? Niemand entkommt meinem Fluch, Ranger! Verbindung zum Morphe-Crit! Attacke! Fußschlüssel bereit! Überschlag! Stimmungsverstärker Feuer! Izzy! Lass meine Schwester in Ruhe! Geh weg von der Mumie, sie ist so schrecklich! Oh nein, sie hat deine Angst verstärkt! Ihr solltet beide Angst haben! Sehr viel Angst! Okay! Bringen wir's zu Ende! Scharfe Schwerter! Spitz! Schmerzen! Danke, Olli! Sie kann nicht kämpfen, solange sie Angst vor ihrer eigenen Waffe hat! Ich behalte sie im Auge! Zeit für Gefühle! Oh nein! Geht es euch gut? Bitte sagt mir, dass ihr emotional stabil seid! Amelia! Es ist so toll, mit dir befreundet zu sein! Du bist die Beste! Und ich finde, du bist ein echter Champ, Zato! Komm schon! Lass uns Spaß haben! Ah, nee! Hab keine Lust! Ich hab eigentlich auf gar nichts Lust! Was für ein Witzbold! Super glücklich und super faul! Aber wahrscheinlich super nutzlos in einem Kampf! Es liegt an mir! Ist es das, wonach du gesucht hast, Spitzbirne? Ja! Endlich! Flamm, Dino-Schlüssel! Bereit! Flammenkampfrüstung! Jetzt mach ich dir Feuer unterm Hintern! Ah! 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 Heiß genug! Ah! 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 Jetzt wird's noch heißer! Fury-Flammenpeitsche! Ah! 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 Du denkst, du hast diese arme kleine Pyramide gegrillt? Aber so werde ich zum Dreien des Terrors! Oh nein! Langweilig! Sie werden jedes Mal groß! Du, kannst du mich vor der gruseligen Mumie verstecken? Das ist übel! So können sie nicht kämpfen! Aber Zato muss den Megasort rufen! Dann mach du das doch! Mir ist nicht danach! Entweder ganz oder gar nicht! Solon, schick den T-Rex Champion-Sort her! T-Rex Champion-Woo! Was ist los? Wer bist du? Solon! Warum ist ein neuer Sort aus dem Boden geschossen? Der Dimetro-Flammen-Sort ist aufgewacht, weil du seinen Schlüssel benutzt hast. Also Zeit mega zu werden! Toll! Sorts kombinieren! Verputzen! Und los geht's! T-Rex-Klammen-Megasort! Oh! Schön, dass ihr auch da seid! Sehen wir mal, wie das läuft! Okay, Harvey! Bereit, die Bestie zu grillen? Ja! Dann schmeiß mir den Grill mal an! So war das aber nicht vereinbart! Trommelfeuer! Ah! 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 Dieses ganze Feuer und diese Action! Langweilig! Gut, dann leg ich noch ne Schippe drauf! Das wollte ich schon immer mal machen! Ha! Mega-Fury-7! T-Rex-Klammen-Megasort! Flammen der Mega-Heap! Dino-Fury Power! Es war echt schön, aber jetzt wird's Zeit abzuhauen! Henchmen, attacke! Bootschlüssel bereit! Bootschlüssel bereit! Erlass, du Peitzel! Bootschlüssel bereit! Hüberschlag! Zeit für einen Wachstumsschub! Ein sehr großer Vogel! Hey Leute, kümmern wir uns ein bisschen um Hanfred! Überlass Void Knight uns! Schalt ihn auszuschalten! Solon, schick den T-Rex-Zord! Und Tricera! Und ein Kühlung! Zords kombinieren! Dino Fury Megazord! Verbunden! Dino Fury Megazord! Bereit, um den Han abzudrehen? Ja, lasst uns das Hühnchen rüpfen! Skavel Sprengung! Unser Megasort wird diesen Laserbeschuss nicht überstehen. Ich weiß, was wir brauchen. Schalter auf Festungsformation. Nörbelsprengung! Oh nein! Diese Sporix kriegt ihr nie! Bist du sicher? Fackel-Dino-Schlüssel? Bereit! Muskel-Dino-Schlüssel? Bereit! Zeit für dich, das Licht zu sehen! Fackel-Blitz! Muskel-Fuß! Ihr habt mich besiegt! Wir müssen die Sporix holen! Longscherz! Oh, Mann! Komm schon! Solon, schick unsere Sorts! Sind Sie rechtzeitig? Heute soll's Brathähnchen geben! Klar! Wir müssen ihm nur ein bisschen einheizen! Geil-O-Fury-Megasort! Krieger-Formation! Zerstampfen wir das, Spatzenhörer! Ja! Er wird wieder zuschlagen! Nicht, wenn wir ihn ausschalten! Hä? Mega-Fury-Säbel! Dino-Fury-Megasort! Dino-Megaschnitt! Oh, die Flügel gestutzt! Wenn du nicht erstarren willst, werde ich dich einfach vernichten! Oh! Ich bin noch nicht fertig, Ranger! Ja! Ihr törichten Menschen! Wollt ihr etwas wirklich furchteinflößendes sehen? Wo ist sie hin? Nicht dein Ernst! Oh je! Das ist ja mal eine riesige Medusa! Wenn sie riesengroß ist, brauchen wir da nicht! Solon! Sind die Tricera und Ankylosorts bereit? Fast! Ich setze den T-Rex-Champion-Sort ein, während sie hochfahren! Unsere Sorts! Ja! Ich weiß, was zu tun ist! Verbindung zum Morphing Grid! Wir können die Sorts nicht blind steuern! Also versucht, ihren bösen Blick zu blockieren! Alles klar! Kampfmodus! Kampfmodus! Ha! Verbunden! T-Rex-Champion-Sort! Kampfmodus! Wechsel zu T-Rex-Faust! Keine Zeit für eine riesige Augenbinde! Solon! Wir wollen Zator unbedingt helfen! Dann werdet ihr lieben, was jetzt kommt! Wow! Sieh dir die Klinge an! Zeit, das Monster auszuschalten! Greift sie an! Wir brauchen einen Plan! Wir müssen taktisch vorgehen! Wir müssen nur ihre Augen verdecken! Aber wie? Ich hab's! Sorts! Benutz die Straße! Deine Tricera-Klinge kann den Asphalt zerschneiden! Und dein Antyloschanz kann den Asphalt zerschlagen! Schwebe, Dino-Schlüssel! Bereit! Schwebe, stopp! Und jetzt kiss den Asphalt! Wiederherstellung! Nein! Mein böser Blick! Gute Arbeit, Team! So erstarren wir nicht mehr! Machen wir sie fertig! Werft eure Schlüssel in Richtung der Sorts! Sorts! Kombiniert! Wow, wir sind im Megazord! Das ist der Hammer! Olli, wir müssen ein Selfie in diesem Ding machen! Leute, wir haben da ein Riesenmonster! Klar, ja, ja, Entschuldigung! Dino-Fury-Megazord! Ich geh voran! Alles klar! Ja! Beenden wir das! Mega-Fury-Säbel! Dino-Fury-Megazord-Megaschnitt! Dino-Fury-Siege! Ein weiterer Super-Sporex für meine wertvolle Sammlung! Oh, nein! Heute nicht, Void Knight! Der kommt in unsere Sammlung! Nächstes Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben! Dino-Fury-Siesge!